so weiter gehts mit der zweiten folge oder dritte oder vierte oder wie auch immer wie ich hab keine ahnung aber ich hab bock jetzt gern hab bock ich hab bock aber warum bin ich denn so rot in der kummer am besten wegen dem nicht unter mir so schnell weg hier theater machen damit der dich abbekommt hilf will ich hier gelockt? ja hilf hello geiler wird mit mir reden alle sauer Hier ist der Generator, ne? Wasserpumpe, äh, Wasserpumpe, hier. Ich kann mich auch verstehen. Wo war denn dazu der Ausgang hier nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Wie hier der Ausgang war? Was ist das? Eine Lampe. Okay. Verweckt dem Noises, Awakened Grand War. Ähm. Shut your bitch ass up, Motherfucker. So, Grandpa haben wir abgestochen. Oh, shit. Der Motherfucker hat mich gesehen. Okay. Das war... Way too close. Shit. Oh, shit. Oba ist hier. El Español escape... Escape from basement. What the fuck is going on in the basement? No, it's too loud. No, it's too loud. Komm! Wo war denn hier zu die Tür zum Escapen? Ähm, ja? Ich glaub hier? Scheiße, ich weiß ja gar nicht mehr genau. Ne, hier nicht. Die sind alle schon entkommen! War doch nicht hier entlang? Nein. Fuck, wo war denn nochmal die Tür? I can use that. Fuck, ey. Hier war eine Tür. What? I don't know what this is. Think, think. Wo war denn der Stromling da vorn? Äh... Ups. Sind die da jetzt entkommen oder nicht? Ich blick nicht ganz durch. Da stand ja Escape, ne? Aber Fail steht ja noch nicht da Escape. Oder ist das einfach nur, dass die... Ach, die sind aus dem Keller raus entkommen, ne? Kann das... Ja, ja, ich bin... Ah, okay. Ich war verwirrt. Weil der Escape stand. Aber das ist einfach nur, dass ich... Dass die aus dem Keller entkommen sind. Das ist ja auch schon, ne? Der Generator wurde aufgetürnt. Oh, shit, hier um. Ah, oh, 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 oh. Wir halten da ganz vors이에요. Können Sie bitte gehen? Können wir bitte gehen? Okay, ich muss einen Weg nach oben finden. Ich habe mich leider ein bisschen baiten lassen. Von dem, was da stand jetzt. Okay, wo ist denn hier die Tür gewesen? Da. Warum so laut? Wir haben den Generator aufgeturnt, ne? Das war doch dann hier raus. Und rechts. Ist die Tür wieder zu? Oh, da ist die. Ich wollte direkt an die aufheben, aber okay. Hier ist eine Sicherung. Hier durch. Wir brauchen Lockpick. Scheiße. Fliecht. Please don't let that thing come back. Don't come over here. El Espanol, Escape from the Family Ja, immer noch Okay, wie lange? Da krieg ich einen Lockpick Ja, danke Ich muss mich aufhören, du kannst dich noch näher Die dämm ich dann hier auf, wenn ich hier dran bin? Okay, hier dämm ich nicht, sehr gut. Die Tür machen, damit die denken, da ist clean. Das Tor öffnen, schließen und frei sein. Let's go! Yo, you can escape from the parking lot, guys. The doors are open. Whew! Easy. Damn, look at these. And yeah, you're okay. Are you okay? Easy escape. Oh, das letzte. Weißt du, der eine ist entkommen und der andere ist gestorben, ne? Stimmt. Kill by Johnny. Der scheint mir ganz verdammt zu sein, der Kollege hier. Er wird den Hammer aufheben, ne? Ah ja. Na ja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Zweite Runde, Leute. Zweiter Escape. Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ich hoffe, das ist geil. Vielen Dank.